Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu dem ersten Video auf Papaya Experimente TV. In diesem Video wird erstmal vorkommen, wie bin ich überhaupt auf YouTube gekommen und was wird überhaupt auf diesem Kanal erscheinen. Aber das alles erst nach dem Intro. Ja Leute, wie bin ich überhaupt auf YouTube gekommen? Ja, ein paar Freunde von mir oder die meisten haben auch einen YouTube Kanal und ich habe jetzt einfach beschlossen auch mal einen zu machen. Ja, worum wird es in diesem Kanal gehen oder auf diesem Kanal? Ja, auf diesem Kanal werden hauptsächlich Experimente erscheinen, daher auch der Name Papaya Experimente TV. Wo wir auch schon beim Namen sind, der Name Papaya Experimente TV. Kommt daher, weil ich habe einen Vogel, einen Nymphensittich, einen Kakadu. Ja, er heißt Papaya und er wird dann oft auch in den Experimenten mal so durchs Bild hier laufen und so. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Videovorschläge könnt ihr übrigens auch gerne uns in die Kommentare reinschreiben. Zum Beispiel Experimente, zum Beispiel jetzt 3D-Drucker, sollen wir was drucken? Äh, und dann testen, wie viel das aushält, das 3D-Gedruckte, ne? Ja. Ja. Ja.